Das Hotel Emporium Suites bei Catrium liegt in Bangkok in Bangkok. Das Hotel Emporium Suites bei Catrium ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel. Weiter, das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die drei Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,3 von 6 Sonnen. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig da nur drei Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer. Saubere, geräumige Zimmer mit guter Ausstattung. Die Gäste sind rundum zufrieden mit den Zimmern des Hotels und vergeben eine Top-Bewertung von 5,7 von 6 Sonnen. Service. Ein hervorragender Service wird ihnen in diesem Hotel geboten. Das zeigt die Bewertung von 5,5 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,3 von 6 Sonnen vergeben. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die Gäste sind mit dem Angebot an Sport- und Unterhaltungsprogrammen sehr zufrieden. Das Hotel erhält in dieser Kategorie 5,2 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Die Gäste geben dem Hotel für den Zustand allgemeine Sauberkeit sowie Freundlichkeit des Personals eine sehr gute Bewertung von 5,1 von 6 Sonnen. Gastronomie. Viele Gäste sind der Meinung, dass dieses Hotel eine gute Küche hat und vergeben hierfür 4,8 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.